moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge minecraft wars der stream zusammenfassung vom stream so ein bisschen was vom sonntag und vom montag auf jeden fall und am sonntag war ja noch so ein bisschen dors stream dafür habe ich überhaupt keine zusammenfassung gemacht weil ich das ein bisschen dünn fahren mit dem content und so und dann habe ich gesagt auch nö lassen wir mal so aber dafür wird es heute eine etwas ausgiebigere geben und wie ihr seht stehe ich ganz ganz oben auf meinem turm ganz ganz oben ich habe nämlich dieses auffangbecken was wir für die blitze hatten das habe ich abmontiert weil ich habe bei beim flaschenzug lp gesehen wie er es gesehen hat als auf meinen turm geguckt hat und das wollte ich nicht deswegen habe ich das entfernt habe mir gedacht okay die blitze sind eh nicht mehr haupt energiequelle das waren sie nur so für zwei drei tage das haben wir so ein bisschen ausprobiert und jetzt geht das halt mit normaler energie wieder weiter und da haben wir auch ein bisschen was getan also das haben wir hier oben gemacht ihr seht ich habe einen roten ich habe eine rote rüstung an das ist die supreme supreme rüstung komplett von mystical archiculture archiculture ja ich glaube ja auf jeden fall haben wir die komplett zu ende gecraftet damit haben wir am sonntag schon angefangen und heute zu ende gebaut mit der kann ich jetzt fliegen ohne rf und ohne irgendwie gp oder sonst irgendwas damit können wir fliegen so und wir fliegen einmal am turm vorbei und auch sie ich habe keinen fallschaden dadurch bekommen keinen fallschaden bin halt abgesichert so wir gehen mal hoch zum unseren in unsere gemächer beziehungsweise wir fangen wir fangen hier an genau hier oben wie gesagt der blitzableiter steht noch so wie er vorher stand da sind auch jetzt genügend rf drin ich habe hier 50 millionen da sind 16 millionen drin also im endeffekt ist hier schon gespeichert wird hier rf gespeichert und ich könnte auch einen blitz losschicken wenn ich wollte aber nee das machen wir nicht hier auf dieser ebene ist nichts passiert hier in meinem penthouse habe ich noch weitere rüstung aufgestellt beziehungsweise das was ich anhatte das brauche ich jetzt ja nicht mehr das heißt das kann jetzt erstmal dort stehen bleiben das jetpack bis wir dann das nächste bauen hier ist nichts passiert hier ist auch nichts passiert bei den bienen bei den bienen ist nichts passiert zipp 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 hier ist was passiert ich habe nämlich den ultimate ulti ultimate furnace gebaut der ist richtig krass der warte mal wir probieren das mal aus passt mal auf haben wir hier habe ich irgendwas da und was mal auf wir machen wir machen stone cobblestone lassen wir zu jetzt wahrscheinlich schon woanders gesehen aber ich würde euch trotzdem noch mal zeigen cobblestone lassen wir ist es oh ja hier ist ein block auf kohle genau cobblestone lege ich jetzt rein und das lassen wir jetzt zu stone machen krass oder krass oder der ist halt richtig scheiße schnell und er brennt halt auch lange also ich habe jetzt ein block auf kohle reingeschmissen und das brennt halt immer noch so pass mal auf wir können das mal wir können das mal folgendermaßen machen damit wir ein bisschen was davon haben und den block auf kohle nicht verschwenden stone brauche ich ja immer zack bisschen was rein ich habe hier speed upgrades drin dass das dann halt auch möglichst schnell reingezogen wird hier sind auch speed upgrades drin jetzt sieht das so aus als ob stehen würde tut es aber nicht der rad hat halt einfach hier schon rein das ist richtig krass das teil so hier drüben auf der seite habe ich eine glas produktion aufgestellt die so funktioniert dass wenn in meinem hauptsystem weniger als 1024 glas drin ist dann springt die an sprich zwei segments die cobblestone durchrühren zu kies hier ziehen sie dann hier haben wir eine kleine kiste da wird flint abgesondert dass sie dann sich immer wieder mit flint stones ausrüsten können und ein erläufst melder der dafür sorgt dass das gleich durchgebrannt wird wie das das ist jetzt automatisiert dass wir immer einen gewissen stand an ein glas auf lager haben das hat den hintergrund ich bastel momentan sehr sehr viel mit solar rum und will da auch meine solarflächen noch erweitern noch vergrößern und dafür ist das halt auch ziemlich cool bei den craftern habe ich ordentlich aufgestockt wie ihr seht da sind alle möglichen sachen drinnen verschiedenste also wir können jetzt wirklich sehr sehr viele sachen kraften wenn wir uns mal ins system reingucken das ist also gerade von von dem mystical agri agriculture da haben wir sehr sehr viel ins autocraft gelegt das heißt jetzt die ganzen seeds oder 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 guck mal hier die platten die werden auch im autocrafter gegangen wofür habe ich die dann da reingelegt ich weiß ach doch für für solar panels genau hier unten ist alles für solar ich weiß gar nicht ob ich das in der folge schon gezeigt habe da habe ich auch viel ran rum gebastelt da können wir uns gleich die platten noch mal draußen angucken und hier unten noch die ganzen anderen normalen rezepte also wie gesagt sehr sehr viel ist in den autocraft gelaufen wir können auch mal von den storage dingern ein paar machen dafür brauchen wir haben hätten wir alles da also kann das mal durchlaufen dann kriege ich nämlich neue speicherplätze so da sind noch mal zwei neue läuft dazu gekommen für damit ich da auch so ein bisschen stone wieder durchschicken kann also nichts besonderes ich habe angefangen wegzuschmeißen und zwar werden jetzt in der trashcan werden die ganzen lederrüstung weggeschmissen die witch hat und die bögen werden weggeschmissen also das was über die monster falle reinkommt geht da gleich raus ansonsten hat sich hier aber auch nichts getan ich weiß gar nicht ob ich das schon gezeigt hatte mit der mit der funk verbindung also wir haben jetzt die ebene mit immersive engineering ist über den network transmitter und network receiver verbunden das heißt dort werden weil es die sachen die items aus dem storage system ausgetauscht die villager sind ein bisschen eingefärcht sind mir ausgewöchst aus irgendeinem grund die sind jetzt hier ein bisschen eingesperrter dass das da dass sie nicht weglaufen können und dann wollte ich euch noch mal die meine solarplatten zeigen genau hier über diese solarplatten erzeugen wir halt auch rf ohne ende hier sind jetzt auch 32 millionen rf momentan in den platten gespeichert glaube ich und hier drunter ist auch noch mal eine 25 millionen platte also wir haben was rf angeht doch eine ganze menge und ich bin mal gespannt wofür wir es noch gebrauchen könnten bei den kühen hat sich nicht so viel getan da sind die sind ein bisschen ausgebrochen anscheinend weil jemand gatter offen war so wie es aussieht brechen die schon wieder aus oder die glitschen jetzt raus ich glaube die sind klaus geglitscht hier ist noch eine leitung die da hängt also die hängen hier so ein bisschen an der an der seite rum und gucken sich so gucken sich ein bisschen die gegend an können wir gerade gucken ob wir ein paar eier hier finden da ist auch ein huhn ausgebrochen naja das ist halt einfach alles so ne die anders generators ich weiß nicht ob ich das erzählt hatte da habe ich auch ein bisschen aufgestockt dass hier noch mehr gerade von den ganzen gerade von den ganzen und toten sachen wie jetzt hier verrottetes fleisch oder die knochen dass das halt alles rein geht in den in den generator ich wollte gerade schon auf das hühnchen schlagen aber wenn ich das tue dann kriege ich wieder älger von kriechen das will ich auf gar keinen fall riskieren hier ist die ebene mit immersive engineering hier ist das was ich vorhin sagte mit dem trends mit dem storage mit dem network receiver transmitter hier drüber über diesen block werden halt diese ganzen maschinen versorgt dass die halt die materialien aus dem hauptsystem nehmen können und auch machen beziehungsweise auch hin abgeben könnten wenn sie denn wollten wenn dann alles richtig eingestellt ist hier war es jetzt nicht richtig eingestellt deswegen hat er es nicht rausgenommen aber wenn jetzt kupfer noch fertig ist ist hier kupfer drin ja siehst du hier ist nämlich auch das nicht richtig eingestellt siehst du denn wandert nämlich also hier in den crusher habe ich hier oben habe ich die cover rein fließen lassen dann wurde es durch den crusher gecrushed und fließt hier unten rein in die kiste als fertig pulverisiertes kupfer geht jetzt wieder raus ins system und vom system wieder hier rein in den rsc furnace wir könnten mal damit das ein bisschen fixer geht oh ja das ist eine ziemlich gute idee vielleicht kriegen wir die vielleicht kriegen wir die fix gecraftet während der geschichte wo ich das hier alles erzähle heißen die nicht stack upgrade refined storage oh habe ich den bauplan von den stack upgrades kaputt gemacht scheint so na gut dann wird das leider nichts dann muss ich erst mal da oben dann wieder herangehen und das dann nachträglich noch mal hinbauen gut wir haben eine neue monster falle das habe ich ja vorhin schon erwähnt oben die ist also ich habe jetzt kein night vision mehr dran die ist halt in zähne da kommt dass es dieses gleiche brauche prinzip wie wir es vorher schon mal hatten genau das gleiche hier wird also das ist wahnsinn wir haben xp ohne ende und auch monster loot ohne ende das ist krass so das war eigentlich genau die felder sind jetzt mittlerweile auch ein bisschen anders aus und zwar haben wir hier die für das feld haben wir aufgeteilt dass die drüben sind tier 2 pflanzen von den enferium seats und hier haben wir das eine viertel hier unten das sind diamanten und das ist jelurite jelurium jelurium ja das wird beides hier hergestellt das geht dann alles in dieses draw system in dem draw system werden die essenzen die wir haben werden dann gleich umgecraftet zu diamanten ingehrt etc und hier oben in dem sitriplus repressor werden die überflüssigen seeds die wir nicht brauchen die hier im system quasi eingelagert sind in essenzen wieder umgewandelt wenn woraus wir wieder das endprodukt herstellen können und hier ist schon wieder hier schon wieder keine ho drin weil andauernd dieses system hier nicht funktioniert und das nervt mich langsam ein bisschen an pass mal auf wir machen folgendes ich werde dem mal die med hoc ho geben dann kann er das ein bisschen leveln das teil und wenn es denn so ist dann werde ich oder die die halbbarkeit geht ganz schön unten wenn ich jemand ein bisschen umbauen dass wir die komplett am breakable machen und dann machen wir das doch darüber dass wir nach und nach anfangen die med hoc ja oder steht schon wieder ändern dass wir hier überall med hoc reinpacken in die in die kisten denn es funktioniert nicht mit denen aber andererseits ist auch scheiße weil ich muss das irgendwie funktional bekommen mit den leitungen damit das hier wieder ab fließt wir müssen uns da was anderes einfallen lassen also das ist auch keine lösung das werkzeug unkaputtbar zu machen weil das bringt mich auch nicht weiter so wir gehen meine etage tiefer und hier hat sich eine ganze menge getan ach so hier unten sind noch die ganze dünger geschichten und dran dass das auch alles hier schön schnell durchwächst und so weiter und hier hat sich richtig was getan hier waren wir nämlich das war nämlich der der haupt aufhänger am am montag im stream und zwar haben wir haben wir einen reaktor von big reactor hier hingestellt und auch so gleich einen raum drum herum gebaut das heißt ich will jetzt auch langsam anfangen in dem keller die einzelnen sachen in räume zu unterteilen hier vielleicht so ein gehweg entlang zu machen und so weiter und so fort also dass das ein bisschen hübscher wird wo ich bin ich habe vergessen die tür dass bis die tür aufgeht so pass auf tür würde öffnen genau das ist mein big reactor der schnellt knapp 40k pro ticker knapp die es gekühlt mit flüssigen ender perl hier ist natürlich eine schaltung drin dass er nicht die ganze zeit durchläuft und hier geht das halt über den flux punkt geht es dann zu den haupt anlagen der ist jetzt natürlich nicht an weil wir energie satt haben sozusagen aber das ist ja der stellt 40 40k pro tick her das ist richtig richtig krass ich glaube ich habe jetzt irgendwie 550 millionen nur im speicherplatz des hauptspeichers und dennoch zusätzlich überall ein bisschen was verteilt also wir haben richtig richtig viel krass rf ich bin gespannt ob dann vielleicht demnächst ein mod drauf kommt für den man so viel energie benötigt aber ich glaube da kommt was gut gibt es hier sonst irgendwas zu sagen noch was zu tun gibt es nicht wir würden jetzt ich würde jetzt gerne mit euch noch mal rausfliegen zu meinem röser kill stand und dann würde ich da gerne noch mal zwei wussers bauen lassen und euch das halt auch noch mal zeigen wie wir da draußen halt die die wussers töten das habe ich halt ein bisschen außerhalb gemacht von der stadt weil wenn denn doch mal was passiert und da irgendjemand ausbricht dann will ich das nicht in der stadt haben rein theoretisch könnte ich jetzt eigentlich auch hergehen und sagen aber müsste ich auch nicht also meine fallen die ich da jetzt ja habe die die eigenständigen die ich da gebaut habe die könnte ich jetzt der 24 7 laufen lassen weil wir so viel energie haben brauche ich aber nicht also ender perlen werden momentan über die normale mob falle produziert und der ganze rest ja blaze oder sonst irgendwas brauche ich momentan hat auch nicht ich wüsste eigentlich wofür so und jetzt will ich halt noch mal schnell mit euch zu meinem außenposten fliegen ich habe leider kein nacht sich gerät mehr dabei weil das ja mit dem mit dem dark steel helm habe ich das ja weggegeben aber dafür fliegen wir jetzt halt ohne ohne irgendwelche energie aufzubringen aufzubrauchen und wir fliegen auch nicht mehr so schnell wie vorher was auch irgendwo ein bisschen angenehm ist weil das schnelle fliegen von vorher was wir vorher hat ja doch sehr sehr stark dazu geführt dass man immer mal wieder zurückgeworfen wird ich werde jetzt sogar immer wieder zurückgeworfen ohne dass ich voll geschwindigkeit in voller geschwindigkeit fliege hier brennt das überall keine ahnung was hier los ist überall feuer bin ich eigentlich auf dem richtigen weg ja das kommt mir halt nur so lang gerade vor weil mit dem anderen ding war ich immer deutlich schneller aber hier dürfte eigentlich auch nichts passieren an dem mining outpost von wegen dass irgendwelche mobs hier sind oder sonst irgendwas gut eingestellt ist er richtig das weiß ich genau das heißt wir können immer an machen und dann kann ich euch mal zeigen ich werde auch gleich zwei rein stellen also zwei hält meinen mein netzwerk auf jeden fall aus bei drei bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher ich habe das schon mal in der sky factory mit drei probiert und das war halt ein bisschen böse aber so diese zwei wo das werden eigentlich von dem kraftfeld ohne probleme getötet das dauert einen kleinen augenblick wir kriegen eine druckwelle ab pass auf gleich wumms weil das natürlich auch eine doppelte ist aber gut die die steckt sich nicht ne rums genau da waren die jetzt da waren die jetzt schaden das mal auf ich hole mir mal kurz ein screenshot und das war es jetzt ne ich glaube das ding haben wir auch am am samstag aufgebaut oder so und hier kannst du halt ganz easy ganz easy nether stars fahren ohne irgendeinen ohne irgendeinen sheet mod muss ich ganz ehrlich sagen weil wut ist für mich ich weiß es nicht da produzierst du einfach nur da generierst du einfach nur items meiner meinung nach und das ist keine das ist keine mobfalle das ist halt nichts wo man angst vorhaben müsste dass da gleich irgendwas ausbricht und die welt untergeht sozusagen so wir werden da noch mal zu gucken wie die beiden das zeitliche segnen und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch dass ihr wieder eingeschaltet habt danke für den ganzen krasse feedback wenn es euch gefallen hat gerne daumen nach oben da lassen und wenn ihr möchtet sehen wir uns bei der nächsten zusammenfassung bis denn tschüss